Hi Leute, mein Name ist Daniel Münter und heute geht es darum, wie ihr in Adobe Premiere Effekte erstellt, wie ihr sie abspeichert als Vorlagen und diese später wieder auf euren Clip anwendet. Also wir befinden uns hier in Premiere und können natürlich beliebige Änderungen an unserem Clip machen, über die Effekteinstellungen, wie zum Beispiel, dass wir sagen, wir gehen an den Anfang unseres Clips und sagen da, am Anfang soll die Deckkraft auf 0 sein und werden wir hier die Keyframes aktivieren, gehen mit der Pfeiltaste nach rechts einen Frame vor, sagen, dann soll das Ganze wieder 100 haben, gehen wieder einen vor, sagen, dann soll das 0 haben und machen das so ein paar Schritte, immer Keyframe für Keyframe, wenn wir zum Beispiel wollen, dass das Ganze am Anfang so flickert, dann hätten wir das animiert. Wenn wir jetzt zum nächsten Clip gehen und wir möchten das auf den Clip auch anwenden, dann können wir das kopieren, dann gehen wir auf den Clip in die Effekteinstellungen, markieren die Deckkraft, Command-C oder Steuerung-C, gehen dann auf den Clip und sagen hier einfügen. Und dann hätten wir das Ganze natürlich auch eingefügt. Funktioniert innerhalb des selben Projekts recht gut, trotzdem müsst ihr immer in einen Reihen gehen und das Ganze in die Zwischenablage kopieren, dann wieder auf den anderen Clip und einfügen und so weiter. Das wäre halt eine Möglichkeit. Ich mache das jetzt auf den Clips mal hier rückgängig, denn es gibt ja auch die Möglichkeit, und darum ist ja auch dieses Video hier gemacht worden, dass wir uns Vorlagen abspeichern. Also wir haben unsere Clips jetzt hier beide unverändert, keine Effekte drauf und ich habe so etwas zum Beispiel mal als Vorlage abgespeichert und da zeige ich euch auch gleich, wie das geht. Und zwar einen ähnlichen Effekt, wie wir gerade gemacht haben, habe ich mir abgespeichert, den kann ich jetzt auf meinen Clip ziehen und fallen lassen und wenn ich mir den Clip dann angucke, dann flickert er einfach am Anfang so ein paar Mal, weil genau dasselbe ist passiert. Wir haben hier Keyframes gesetzt für die Deckkraft und die machen nichts anderes, als was wir gerade gemacht haben. Nur, dass wir das jetzt einfach auf den Clip anwenden können, indem wir aus unseren Vorgaben hier das Ganze auf den Clip ziehen. Und wie wir das machen, das zeige ich euch jetzt. Ich mache bei diesem Clip das Ganze mal rückgängig. Jetzt befindet sich hier kein Effekt auf dem Clip und wir werden das mal selbst erstellen. Und zwar, wir sind am Anfang des Clips, wir sagen Deckkraft 0, gehen mit der Pfeiltaste nach rechts 1 Frame vor, sagen 100 und das Ganze machen wir jetzt ein paar Mal. So oft wir das halt haben wollen. Jetzt haben wir das hier und der Clip flickert. Deckkraft 100, 0, 100 und so weiter. Jetzt können wir hier auf dieser Geschichte, und das heißt jetzt hier übrigens anders, weil ich da eben schon mal einen Effekt drauf angewendet habe. Normalerweise sieht das dann so aus, wenn ihr noch nichts abgespeichert habt. Wir haben jetzt diese Keyframes hier sitzen und können jetzt hier auf der Deckkraft, wo wir ja was verändert haben, können wir sagen Vorgabe speichern. Und dann öffnet sich dieser Dialog hier in Premiere und wir können unseren Effekt benennen. Zum Beispiel, was weiß ich, Flickering dreimal, wie ich das gemacht habe. Wenn es zum Beispiel dreimal flickert, einfach nur Name, den ihr selber später wieder erkennt. Und dann haben wir hier eine Beschreibung, die wir eingeben können. Die macht nichts anderes als euch oder anderen Leuten, denen ihr vielleicht diesen Effekt gebt, die ihnen dann importieren, zu sagen, was diese Vorgabe überhaupt bewirkt oder wie sie angewendet werden muss. Da zeige ich euch hier, wo das Ganze erscheint. Wenn wir hier was eingeben, erscheint das später als Tooltip. Wenn ihr über eure Vorlage fahrt, dann seht ihr hier diesen Tooltip. Setzt Deckkraft der Ebene dreimal, bla bla. Und das ist genau das, was halt hier in diesem Dialog eingegeben wird. Unter Vorgabe speichern. Das steht dann dort. Okay, ihr gebt dann da irgendwas ein, wie euer Effekt heißen soll. Und jetzt haben wir hier drei Optionen. Und die bedeuten folgendes. Skalieren bedeutet, wenn ich zum Beispiel auf einen Clip einen Effekt anwende, der über Keyframes sich verändert. Wir machen das jetzt mal hier, indem wir die Geschichte nochmal zurücksetzen für diesen Clip. Und ich sage hier, ich möchte am Anfang eine Deckkraft von 0 haben, aktiviere das erste Keyframe. Und dann gehe ich ungefähr hier auf die Mitte des Clips und sage, da möchte ich 100 haben. Und dann gehe ich auf das Ende des Clips und sage, da möchte ich 0 haben. Dann haben wir hier drei Keyframes auf dem Clip sitzen, unter den Effekteinstellungen, zwischen denen interpoliert wird. Wir haben am Anfang 0% Deckkraft, wie ihr hier oben seht, wenn wir uns am Anfang befinden. Und das Ganze wird dann zur Mitte hin auf 100 interpoliert und dann wieder auf 0. Wenn wir jetzt sagen, wir speichern diese Vorgabe ab, Deckkraft, Vorgabe speichern. Und wir sagen dann zum Beispiel Deckkraft 0, 100, 0. So als Namen für diese Vorgabe. Wenn wir dann Skalieren auswählen, dann wird das Ganze folgendes bewirken. Wenn ich das so abspeichere und ich wende das später auf einen Clip an, der eine unterschiedliche Länge hat, wie der Clip, den wir jetzt hier erstellt haben, dann wird das Ganze skaliert. Das bedeutet, wenn der neue Clip später statt 10 Sekunden 5 Sekunden hat, dann wird das trotzdem von Anfang zur Mitte zum Ende hin skaliert, also immer angepasst auf die Cliplänge. Ankerpunkt für Inpoint, das ist eine gute Geschichte. Wenn ihr Effekte habt, die sich zum Beispiel nur auf den Anfang beziehen sollen. Wir haben hier etwas, was ein paar Mal flickert, wie hier, die Deckkraft. Und wir möchten das abspeichern. Dann würden wir wählen Ankerpunkt für Inpoint. Und dann würde es sich immer nur auf den Anfang beziehen. Genau das Gegenteil, Ankerpunkt für Outpoint. Das kann man machen, wenn man irgendwas ans Clipende setzen möchte. Und egal, wie lang der Clip ist, auf den später die Vorgabe angewendet wird, es bezieht sich hier immer auf den Anfang, hier nur aufs Ende. Und hier skaliert es sich halt oder passt sich auf die Cliplänge an. Also das prozentuale Verhältnis, das wird immer angepasst. Also nochmal, um es zu zeigen, wenn wir hier auf dem Clip sind, und da haben wir drei Keyframes mit Deckkraft 0, 100 und 0. Und wo dieser Keyframe sich befindet, sagen wir, der befindet sich bei 50% oder bei 43% der Cliplänge, ganz egal wo, dann wird das später immer angepasst. Also wenn wir später einen anderen Clip haben, hier auf dem wir dann diese Vorgabe ziehen würden, und der wäre kürzer, dann würde hier auch immer ein Keyframe am Anfang, eins bei wo auch immer das vorher war, 43%, 50% und eins am Ende sitzen. Das waren halt die drei Optionen. Ihr könnt auch zum Beispiel hier ganze Ordner als Vorgabe exportieren. Und was auch noch zu zeigen ist, das ist, wenn ihr eine Vorgabe speichert, dann wird die immer hier direkt unter Vorgaben gespeichert oder dort, wo ich mich gerade befinde. Das war, weil ich jetzt gerade darauf stand. Normalerweise kommt sie hier oben rein, und jetzt habt ihr es auch schon gesehen, da kommt sie frisch rein, dann könnt ihr sie euch da hinziehen, wo ihr sie haben wollt. Das ist immer dann unter Effekte in eurem Vorgabenordner. Oder ihr könnt auch auf den Clip gehen und könnt hier sagen, neue Ablage für Vorgaben, benennt das irgendwie, zieht da euren Clip rein und könnt das so halt übersichtlich halten und dementsprechend auch hier löschen, exportieren. Und umgedreht auch wieder, wenn ihr hier auf Vorgaben geht, importieren, kommt ihr öffnen Dialog und ihr könnt die Datei importieren oder die Vorlagen, die ihr euch halt abgespeichert habt oder von wem anders bekommen habt. Probiert es mal aus. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Dem einen oder anderen hat es geholfen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.